Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Horizon Zero Dawn. So, wie ihr seht, ich bin beim nächsten Langhals angekommen, weil ich heute mal noch die Langhälse aufdecken möchte. Da ist eine Quest. Oh, siehst du, da ist eine... Ah, okay. Ach so, das ist die Aktivität einfach. Ja. Also das heißt, heute werde ich versuchen, mal den, was ich wahrscheinlich auch schaffen werde. Ja. Und dann versuche ich hier den noch, ja, zu erobern, zu überbrücken. Jetzt musst du gucken, wie du am besten... Wie ich da hochkomme. Ja, markier mal. Ah, ich glaube, ich sehe es schon. Siehst du die Rampe? Ja. Ich glaube, da musst du. Kein Problem. Aber du kannst dir vielleicht nochmal seinen Weg markieren. Ja, konnte ich gerade eben. Ah, das stimmt, vielleicht ging das gar nicht. Oh. Oh, da sind aber ein paar Gegner. Ach, papalapap, das ist mir wurscht. Solange du auf dem Ding drauf bist, ist das kein Problem. Um diese Maschinen überbrücken zu können, muss ich weitere Brüder. Ich renne da jetzt hin und springe einfach druf, was die da machen. Das geht auch anders. Komm da her. Ah, da, 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 da. Oh, da war noch was zum Lesen, aber das machen wir später. Ja, hab keine Zeit. Ich muss da rüber. Wart. Ja, genau. Als ob. Äh, und jetzt? Koko. Aha. Da kannst du hoch. Gleich mal das Geld. Ja, und jetzt? Ach so. Okay. Das ist neu. Ja, ein bisschen. Äh? Ich seh nix. Ah, okay. Das Ding sieht halt einfach aus wie ein riesiges 4K-Modem oder so. Das ist, das heißt, die sind auch ein bisschen unterschiedlich, wie man die beklettern kann. Ja, das, bis jetzt hatten wir noch keinen gehabt, der gleich war. Nee. Die waren alle unterschiedlich. Wobei der erste der einfachste war. So, das nächste Langhals-Ding überbrückt. So, und jetzt muss ich mir gleich noch das komische Ding da besorgen. Ja, was sind das gezeichen? Das sind nur die Quest. Keine Ahnung. Nee, ich glaube, ich glaube, es sind einfach irgendwelche Sachen. Wo waren das? Das war doch da gerade, oder? Abseits. Theoretisch zeigt, dass die ja anwesend waren. Irgend so eine... Da rennt aber ganz schön viel Viechzeug rum. Wahrscheinlich ist es, glaube ich, sogar da, wo die ganzen Typen rumrennen. Da. Oder? Da, oder? Ich glaube, dass es da in der Ding drin war. Du kannst ja theoretisch von oben alle wegmachen. Mach' ja erst mal. Oh, ich muss gleich niesen. Ohpala. Ich bin allergisch gegen die Pullrücken. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Das funktioniert gut. Scheiß auf, wo ich will penne. Noch ein Shot. Pass auf, dass die so ein Ding da hinweg runterschießt. Ja, ja. Ja, würd ich da nicht mal hinterher rennen. Ups. Bam. Boom gemacht. Ach, du willst auch noch? Ein Problem. Die wollen, glaube ich, alle. Aber jetzt ganz schön viel Shit unterwecken, muss ich sagen. Reif ich den noch überhaupt? Ja, ja. Nur so ein bisschen. Aber halt nicht den Behälter. Ich bin eigentlich schon so. Die fliegen halt irgendwie so eine ganze Zeit, so einen komischen Bogen noch. Ach so. Auch noch. Das ist voll die Zielhilfe und so. Er kommt zurück, du Schisser. Den Feind immer Vorsicht halten. Aha. Was denn? Hat hier einer rumgeschrieben, oder? Entweder waren das Banditen oder humanoide Freunde. Der soll ja wohl kein Problem sein. Ja, das ist diesen Schwach. So. Einer von zwei Millionen schon mal ausgeschaltet. Ah, der hält schon ein bisschen mehr auf. Ah, wenn das ein Augenschott gewesen wäre, dann wäre das Killer gewesen. Machen wir es halt jetzt. Oder auch nicht. Da muss der Penner sich da... Ey, du würdest du mal aufhören, die Scheiße auf mich zu schießen. Ich sie albern nicht treten. Uff. Ui, jo, 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 jo. Ich habe es noch gesagt. Oh, ich glaube, das war sein Aug. Ja, aber... Äh, bin ich so schielig? Ne, du musst, glaube ich, einfach lange halten, dass er genau, dass er halt genauer zielt. Das hat funktioniert. Ja. Boom! Geht doch. Äh, was machen die da unten? Äh, was sind das? Ah, ich glaube, das sind verwüstert, oder? Ja. Ihr kennt mir gar nichts, wobei die schießen ja auch noch. Äh, die schießen auf meinen langen Hals. Dass der sich nicht währt. Einfach mal drauf springen. Ja, das wär's, gell? Dafür habe ich ihn überbrückt. Guter Treffer. Guter Treffer. Ich nehme mir jetzt mal endlich seine Scheibe. Gummer abgeschossen? Ja, einen. Ah, nee. Doch. Irgendwas anderes hast du mal abgeschossen vom Rücken. Schwenge. Auf dem Rücken. Ja. Okay. Ich schieße ihm alles ab, außer seine Waffe. Weißt du, was witzig wär? Was? Wenn du jetzt die alle wegmachst, weil das ja ewig geht, dass die einfach wieder respawnen. Ja, genau. Never Endless Story. Oh, irgendwas hätte ich angeschrieben. Ah, guck mal, da ist der eine. Brüllrücken, der wo schon fast tot ist. Ja, ich glaub, das funktioniert nicht so gut. Egal. Seil dich mal ab. Wahrscheinlich geht meiner gleich kaputt. Und das? Ja, das macht er immer, wenn man sich abseilt. Echt? Langsam, langsam. So. Äh. Kann ich mich hier irgendwo verstecken. Oh, da vorne ist eine City irgendwo. City? Da vorne. Ah ja. Rennen wir mal zu der City hin. Die ist ja gerade ums Eck. Ja. Und dann hole ich mir noch den zweiten. Wahrscheinlich hätte ich einfach nicht direkt einfach da rein rennen sollen. Mehr das wahrscheinlich. Hat ja funktioniert. Ja. Aber jetzt habe ich halt die ganze Scheiße da so am Hals. Ja, jetzt. Spätestens jetzt haben sie dich eh verloren. Ja. Hallo. Tag. Guten Tag. So. Haben wir das Thema mit dem Speichern auch geklärt? Ja. Muss ich mich heilen? Hm, nö. Ja, wobei, du kannst ja den kleinen Trank da schlürfen. Der bringt dir ähnlich. Ja. Was liegt da? Nagelkissen oder was? Fein. Fein. Nagelkissen. Oh, oh, da ist ein bisschen was aufgekloppt. Ja, sehr gut. Oh, Kugemol. Na, passt doch. Laden müssen, weil. Ja, nicht der Schnellstand. Ja, war eine große Distanz. Ach so. Glaubst du, das liegt da dran? Äh, ja. Waschbäer? Nein. Zweite Sau. Sau. Batsch. Sau, Brenner. Weck ist sniped. Na ja, mehr oder weniger. Wesley Snipes. So, äh, jetzt, wo will ich denn hin? Ich will... Zum... Riesenhals. Zum Riesenhals? Ja, oder Langhals, oder... Wie weit ist denn das? Na ja, 800 Meters. Ich könnte mir eigentlich mal so Reitviech organisieren, dass ich da hinreiten könnte. Aber wahrscheinlich gibt's hier nix. Außer Pirscher oder sowas. Ähm, ja, ich wollte schon sagen, dass du da vielleicht ein bisschen aufpassen musst. Nein, ich brauche nicht aufpassen. Ich bin super. Okay. Wobei dir auch eigentlich gar kein so großes Problem mehr sind. Nö. Die Pirscher, jetzt. Ja, wie gesagt, wenn du die richtige Waffen hast, ist alles kein Problem. Ja, wenn du die richtige Technik hast, dann ist es kein Problem. Ja, habe ich aber nicht. Bin ja eh schlecht. Ja, stimmt ja wohl nicht. Doch, doch, doch. Bin immer froh, dass du die Fetten... Nee, ich habe einfach mehr Erfahrung mit den Fetten. Ach so. Wobei ich mir ja hier so der Steinbrecher-Joe bin. Steinbrecher? Ja. Oh, da ist noch eine City aufgeploppt. Oh, aber rechts. Ah ja. Egal. Werden wir schon wieder hinkommen. Ja, die wird er ja eh aufdecken, sobald du da an dem Langhals bist. Drecksau! Da rechts ist noch was von dir gerannt. Echt? Ein Waschbeer. Oh ja, Knallner. Nee, das... Doch, du hast ihn. Und der hat sogar was richtiges gedruckt. Was? Sehr gut. Unser Glückstag. Was geht? Waschbeer und Knochen. Aber wir brauchten waschbeeren Haut. Ja, auch. Aber ich glaube, Knochen brauchten wir auch. Ich würde gerade sagen, was kommt da hinten? Ist aber nur ein fetter Truthaar. Rennen nur so komische Vögel rum. Aber jetzt wissen wir, wo die Drute... Äh, die Truthäne. Truthäne sind überall. Die Waschbeeren als Spawn. Na ja, gut. Ich glaube, im Waldgebiet... Ist bohren die überall, oder? Äh, nee. Im Anfangsgebiet eben nicht. Waschbeer. Fuchs. Los, der Waschbeer ist wichtig. Ja, würd ich den mal markieren. R2. Achso. Ich drück mir den Wolf. Mit R1. Wo ist er denn? Ach, gut. Ja. Cool. So sieht das gut aus. Noch eine oder zwei? Äh, weiß ich nicht. Also mindestens... Also zwei oder drei. Also mindestens eine auf jeden Fall noch. Äh, lass mich ran, dann komm ich nicht hoch. Oh, was ist das? Weiß nicht. Ah, Pirschernest, glaube ich. Scheiß auf Pirscher. Maschinenareal entdeckt, Pirschernest. Super. Mal eben so ein Vorbeigehen mitgenommen. Ja. Ah, drauf geschissen. Waschbeer? Ne. Fuckel. Scheiß Fuckel. Da war aber kein Waschbeer. Wo? Links. Ne. Da sind kein Waschbeer. Ich meinte links. Weiter links. Das ist rechts. Das ist das andere links. Ja, ich meinte die andere Richtung. Fuchs. Nein, Fuchs. Weiter rechts. Oh. Oh. Banditen. Banditen und Pirscher. Die catchen sich gerade. Ja, ist das. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du misst dich jetzt ein. Oder du rennst einfach dran vorbei. Ich renne einfach dran vorbei. Bin ein Schießer. Und da ist auch noch ein Lagerfeuer. In die Richtung. Ja. Sehr gut. Ja, sind ja nur noch 300 Meter. Da ist das Lagerfeuer. Aber ich muss ehrlich sagen, dass mir dieses Dschungelareal ein bisschen besser gefällt, wie das Wüstenareal. Ja. Ja, ist halt ein bisschen farbenroher. Als wie dieses rotverrotete, verkackte Dreckszeug. Ja, und die Schneestürme, die dann... Oh, da rechts war ein Waschbär. Waschbär. Kommst zurück. Aber war nicht. Nee. Aber Fleisch brauchen wir auch. Ja. Noch ein Waschbär. Oder eine Ratte. Drunter. Ja, scheiße. Ratten brauchen wir auch noch. Rattenknochen oder wie sowas. Hör doch da was. Noch ein Signal. Ja, Lanzenhörner oder so. Ah, Langbeine. Los, Lauf. Langbein. Er greift dich an. Ach, papplapapp, der sieht mich schon gar nicht mehr. Das Signal muss ganz nah sein. Oh, eine Wildschweinsau. Feuer in die Popo. Super. Voll dran. Du kannst ihn doch wegklatschen mit Nahkampfanggriffen. Könnte ich auch. So nah wie er gerade stand. Könnte ich machen. Muss ich aber nicht. Langheitsspeerschärfe. Machst du dich gerade über mich lustig? Nein, ich fand die Situation lustig. Ich wollte eigentlich direkt mit dem... Oh, rechts ist ein Lagerfall. Ah, ein bisschen links. Ich habe zu viel rechts gesagt. Ja, genau da in der Richtung. Und da sind... Was sind das? Was ist das da oben? Das große... Ah, wahrscheinlich in die Mitte. Langbein. Oh, ein Hase. Das Gute ist, dass die Druckwelle relativ hoch ist von den Feuerfallen. Ja. Finde ich auch gut. Theoretisch dürfen die dich ja... Oh. Talisman. Ich wollte eigentlich gerade sagen, theoretisch dürfen die dich gar nicht sehen. Nee, sowieso nicht. So, Kollege. Wo ist das Lagerfeuer da? Weil wir eigentlich geskillt haben, dass wir lautlos sind beim Brennen. Aber irgendwie merke ich davon nicht. Sage mal, geht es dir zu gut oder was, Kollege? Ich glaube, das ist was Großes. Oh. Ach. Was ist das? Ein Sägezahn? Ja, müsste ein Sägezahn sein. Ööö. Der hat dich voll umgehauen. Oh, der hat dich voll umgehauen. Bitch. Gib ihm eine Brandbombe. Ja, wobei, der brennt ja jetzt schon gut. Das deckt sich irgendwie, ja. Der Schaden. 40. 65 war vorher irgendwas. Nein, nicht 40. Nee, der hat mich weggeklatscht. Ja, aber der ist fast tot. Ja, ich auch. Dann heil dich. Der hat ihn schön entgegengesprungen. Wobei, das funktioniert ja auch. Na, Pussy? Ja, ein Sägezahn-Trophäe. Ah, ja, ja, stimmt. Na, das ist ja auch noch so ein Nebenpreis. Wahrscheinlich muss ich hier von oben... Wo ist denn überhaupt dieser Kack-Lang-Hals? Hast du das schon mal gesehen? Äh, ich hab vorhin mal kurz den Hals gesehen. Beziehungsweise seine... Was ist das für eine Spur? Ist das vom Lang-Hals? Denk ich mal. Da musst du theoretisch... Ah. Ja, da musst du theoretisch auf den Berg hoch. Da, wo die komischen... Ja, da, wo der Arsch ist. Willst du ihn anzünden? Ja. Fackel die Sachen. Es brennt. Ups. Unsere Funkstation kaputt gemacht. Irgendwie mit... Ah, da rechts kannst du ruckklettern. Da war ein Vorsprung. Bisschen weiter. Ja, genau. Ja, genau. Ich hab's mir fast gedacht. Aber unser schwerer Angriff macht gar nicht mehr so viel Schaden mehr. Achtung. Ich mach dir trotzdem Sneaky-mäßig platt. Äh, ja, Sneaky ist anders. Ja, babbla, babbla. Äh, äh. Oh, hi. Was willst du? Der will dich auch verarschen. Hab ich gesagt, ich will mit euch spielen. Kein Problem. Da ist ganz schön viel Zeugs rum. Da ist ja noch einer. Oder ihr haben was anderes. Ja, den kleineren. Ja, der ist ein schwerer Angriff und der ist down. Nee, eben nicht. Ja, dann halt noch ein Kripp-Angriff. Dann ist er down. So, theoretisch müsste der ja jetzt bald eigentlich da bei dir vorbeikommen. Wahrscheinlich kann er von hier rüber. Vermutlich. Wenn du schon so doof guckst. Du hast keinen Bock mehr, oder was? Äh, ich guck dich blöd an und dann laufe ich weg. Ja, wie so eine kleine Pussy. Wo ist denn der Puckel? Irgendwas schreit da rum. Er soll noch scheiß unter dir gerettet. Das hört sich ganz schön wirklich an, wie der rumschreit. Ich schieße ihm die Pflügel weg. Das macht sehr viel Auer auf die. Alles auch. Erst blöd machen und dann sich wieder verpissen. Ja, das ist so OP einfach, wenn du die von oben wegsneken kannst und die einfach nicht zu dir hochkommen. Batsch. Tot. So. So. Theoretisch müsste der ja jetzt langsam kommen. Ich hoffe. Oder hat er so einen weiten Weg gehabt? Hm, keine Ahnung. Das wäre natürlich möglich. Ja. Ja. Hubert. Wie Schiele kann man eigentlich sein? Echt jetzt? Ach ja. Ja, das glaube ich zu weit weg eigentlich. Ah, da ist er. Sollte reichen, darüber zu kommen. Ja, eigentlich schon. Ja, weil wer weiß, von wo ich jetzt komme. Was hat denn der hinten am Rücken? Sieht ja ganz anders aus. Äh, haben die das nicht alle gehabt? Nee. Bis da am, 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 am Bobo? Ja, ich meine, das haben die, glaube ich, alle gehabt. Ja. Los, spring drauf. Oh, lächerlich. Jetzt muss ich nur noch zum Kopf hoch. Oh, ich dachte gerade. So. Ja. Hüpf. Das sieht alles immer so gefährlich aus. Ja. Aber das war auch nicht schwer. Ja. Das sah gefährlich aus, wie es war. Ja. So, da haben wir alle unsere Langhälse fertig. Karte komplett aufgedeckt. Mhm. Also, normalerweise. Noch viel mehr Scheiße zu machen. Ja gut, das hast du ja so oder so. Ähm. 3, wie hell es wird. Schön. Das sieht ja hübsch aus. Siehst du, alle Langhälse überbrückt. Sehr gut. Das kannst du nicht abzahlen. Dann gibt es nochmal einen Eintrag in den Pokédex. In den Pokédex. Na dann. Das hat gerade so gefasst. Ja. Naja. So. So, dann hast du jetzt beide. Beide? Ja. Beide Langhälse aktiviert. So. Ach komm, dann gehen wir gerade noch da hin. Und dann bin ich durch. Hm, da waren gerade noch die andere Quests da mit diesen Trophäen. Die darfst du, die darfst du dann machen. Ich will hier, wo ist denn mein Lagerfeuer? Ah, da. Oh, Stufe 43. Yeah. Wir wissen halt immer noch nicht, was Max level ist. Nö, noch. Vielleicht immer mal raus. Ja, vielleicht 50. Vielleicht 60. Ja, vielleicht 100. Müsste man ausrechnen, wie viele Punkte man noch verteilen könnte. Sind ja nicht mehr so viele. Ja, dann würde ich sagen, machen wir ja Feierabend und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.